Hast du die Story schon erzählt? Nee, also mir ja, aber sogar schon nicht. Jetzt sind aber die Auto-Stories. Hab ich dir schon erzählt, warum das blinkt? Nee, ich glaub noch nicht, aber kannst du wie gesagt noch mal von vorne ausholen, damit ich dir die... Ja, das hab ich noch im letzten Stream schon erzählt. Stream. Aufnahme. Achso. Ich bin sogar ziemlich sicher. Das war eine Panzerabwehrmine! Der Panzerwagen ist weg! Der blinkt so schnell, wenn man irgendwo zu schnell rauffährt. Das hast du mir, glaub ich, beim letzten Mal, als wir unterwegs waren. Äh, bei, bei dem Grill hast du's glaub ich gesagt, oder? Das kann sein. Auf jeden Fall, fuck mich das ab, ich will das aufstellen. Der soll mich nicht warnen. Der warnt mich vor allem schon, wenn ich auch manchmal nicht auf der Bremse bin, warnt der mich. Kannst denn nicht im Bordcomputer solche Sachen ausschalten? Ja, wahrscheinlich, aber ich hab keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Okay, dann kannst du, dann musst du das wohl erst machen, ne? Bekomm ich noch mal ins Inventar, ich hab das jetzt... E. E. Für Inventar. Ah, ich hab... Kombinieren. Yes! Was ist eigentlich da? Was haben wir in die Kisten? Weiß ich nicht. Nein. Was hab ich denn Schuss auf, äh, Spendet? Klasse. Ja, sehr gut. Ah, von hinten werden wir Angst sein. Ja, genau. Hier wurde schon wieder ein Auto, was einfach irgendwo random gefällt. Wie ist der hinter uns gespawnt? Du kannst mir ja schon mal den Download link für das nächste Projekt geben. Oh, was für den Link? Keine Ahnung. Du kannst mir das jetzt schon mal geben, dann musst du mir downloaden, das nächste Projekt. Äh, ja, du musst eigentlich nur den, äh, den Launcher dafür runterladen und sagen die Trial-Version. Wenn ich die Trial... Alter, wo, wo kommen die ganzen Gegner hierher? Dieser blöde Sniper von da hinten. Oh, ich bräuchte mir deine Hilfe. Wir müssen ja einfach nur ins Tor, Niklas. Ja, ich bin gleich tot. Tor. Höh. Ja, hier ans Tor. Guck, Teamarbeit. Toll, danke. Wenn dabei Sir, bringe die Sprengladung an. Der Sniper schießt da immer noch im Hintergrund rum. Wer wusste denn? Ja, da wo wir gerade hochgeklettert sind, war der. So, jetzt ist er tot. Hoots Force. Da ist Mafia. Die ist so groß. Da steht ein Waggon im Weg. Wir kommen ja nicht durch. Wir kommen ja nicht durch. Ich spreng den Waggon aus dem Weg. Ich spreng den Waggon aus dem Weg. Ich spreng den Waggon aus dem Weg. Ich brauche Deckung, um alles vorzubereiten. Ich brauche Deckung, um alles vorzubereiten. Ich brauche Deckung, um alles vorzubereiten. Ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. sein ich habe einen schlangen zeichen ach so ja kommen so groß hat dahin ist es ja viele headshots ja wenn ich sterbe wir lösen sich auf das nicht mehr ewig leben wahrscheinlich dann kannst du ja locker noch weiter machen das ist ein stück bei dem schatten wo hast du die exkludiert das habe ich mir beitragen abgestogen der typ hatten raketen erfahrt er oben ich habe ihn gerade gehead schafft jetzt nicht mehr da Kannst du sie wieder weiter extra machen. Fast fertig! Ich hab mich grad geheilt. Ja, das hab ich gesehen. Der hätte mich hier ja nicht heilen dürfen. Ey, so ein Scheißspiel, Alter. Oh! Der hat mich schon wieder getroffen. Nein, aber ich hab ihn grad gesehen. Wir fliegen jetzt weiter. Wir fliegen jetzt mal. Das hat ja schon fast brockigen Verhältnisse, was hier so ist, ey. Ja, es sind immer diese Missionen, schützen sie, bla bla bla. Die dann drei Stunden dauern, ne? Ja, aber der hat das jetzt durch. Bereits zur Sprengung! In Deckung! Ich finde, wer ist Finn? Hier vorne ist Finn. Wir sollen einfach nur zu dem hinkommen. Hier, zack. So. Ich bin da. Wo ist der? Da. Hinten. Ich bin noch da bei dem. Ja, ich bin aber grad nicht mehr da. Ich kann uns grad hier noch ein paar Sachen einsammeln. Das ist Raketen! Wer hat Raketen? 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 Ja, ich bin dann an. Einen Schuss, dann ist er beschäftigt. Ich bin jetzt auch bei Raketen. Ja, was war das denn für ein Silvesterböller? Ne, das war so ein richtig billiger Schiener. Kein ordentlicher D-Böller. Jumal, das war ein Furz! Im Grunde war es ein Airbag, ne? Wenn man so bedenkt. Ich mein, das Ding ist ja nur hochgeflogen und Flugfertig war's. HQ und Alpha Team. Das Rator sitzt auf der anderen Seite. Vor allem ist es dann zufällig, äh, kurz hingeblieben, damit wir runter können. Wie ist Ihr Status? Gab es Verluste? Ja, ich hab vier Balken verloren. Ich hab's nur an Verluste. Nachdem ich mich grad geheilt hatte. Der Deck ist blockiert! Okay, Leute. Den Verwundeten zu bergen hat Priorität. Das war der große Fall. Hier ist ein Herb. Hier ist ein Herb. Hier ist ein Herb. Eher ein Green ist, das ist gut. Kann ich wieder konvenieren. Zack, jetzt hab ich elf Herbs im Elementar. Ich hab schon wieder, dass ich wieder irgendein nerviger Boss komme, wo ich alles verballern kann, so wie du. Feuerschutz von der Flanke geben. Scharfschützen auf mein Kommando. Ja, du bist auch Scharfschütze. Toll, ich darf wieder ruhen. Du bist halt die Frau. Purse ist halt frei. Sie müssen ihn rausholen. Verstanden, ich geh voran. Trennen wir uns jetzt, ja okay. Wahrscheinlich kannst du haben, ne? Was ist denn so dunkel? Ach, Viecher war aus, ey. Wir müssen hier gerettet werden von dem anderen, ey. Wie geht unserem verletzten Freund? Er lebt noch! Ich werde erste Hilfe leisten! Ja, dann mach ich das doch nicht. Willkommen, ein alter T-42-Panzer bewegt sich auf ihrer Position zurück. Er scheint modifiziert zu sein. Jetzt fahren Sie schwere Geschütze auf! Vorsicht, ich kämpfe! Oh shit. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hätte jetzt so gut ein Panzerbrechendes Gewehr gebraucht. Jaaaa! Was hast du denn da gemacht? 5 Milliarden Gegner, ey. Leck mich am Arsch. Nein, nicht. Ich hab's auch nicht besser mit dem Panzer, der bei mir rumsteht. Ja, da kannst ich dir aber auch jetzt nicht mehr helfen, leider, ne? Dann müssen wir nochmal neu machen. Hier, jetzt! Peace! Hä? Ich lebe wieder. Na gut. Dann mach mal mal dann. Ich hab eine Errungenschaft bekommen, auf einmal steht's wieder. Dann muss man nachlesen, was die Errungenschaft dir gebracht hat. ich habe gerade voll sneaky ninja jungen töten sie einen gegner regenerieren sie danach ohne hilfe zu halten das kann man auch machen sagen wir das bisher noch nie hinbekommen ich bin halt der king hat die sich an nach dem hoffen auch das eine größere waffe keine stützungen hier wird euch noch anschließen Ja, mit dem Mio. Alter, wieso hab ich hier so Kung Fu Ninjas? Was soll das? So. Ja, das denk ich mir auch grade, ey. Junge, ich hab den mit dem Maschinengewehr jetzt... Ey! Komm, schieß dich frei. Mein Gewehr schafft das nicht. Ich brauche etwas Stärkeres. Du brauchst etwas Stärkeres? wissen wir wissen, ja, das ist nicht soücklich. Wir waren aber halt darauf, im Moment,